Modul 5 Inspirationen Schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt, wo wir die Tools kennengelernt haben, zeige ich euch noch zwei konkrete Beispiele, die wir erstellt haben. Super! Was sind das für Beispiele? Das erste Beispiel behandelt das Thema Landwirtschaft, speziell den Vergleich zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. Es ist für die Sekundarstufe 1 gedacht. Das zweite Beispiel befasst sich grob mit der Ökologie eines Sees und richtet sich an die Primarstufe. Zur Vorbereitung auf die Bauernhof-Exkursion haben wir einen Thinglink erstellt, der den ökologisch betriebenen Bauernhof zeigt, den die SchülerInnen besuchen werden. Die SchülerInnen können sich vorab ein Bild vom Hof machen und, falls notwendig, wichtige Informationen erhalten. Und wie geht es während der Exkursion weiter? Während der Exkursion nutzen die SchülerInnen eine Twine-Geschichte, in der sie als Agenten den ökologischen Bauernhof erkunden. Die SchülerInnen lernen die Unterschiede in der Tierhaltung, Düngung und Pflanzenschutz kennen. Das klingt spannend. Und wie sieht das zweite Beispiel aus? Das behandelt die Ökologie eines Sees. Für die Vorbereitung haben wir eine H5P-Aktivität erstellt, die wichtige Informationen erklärt und das zuvor im Unterricht behandelte Wissen über Tiere und Pflanzen am See wiederholt. Und was passiert während der Exkursion? Während der Exkursion nutzen die SchülerInnen eine kindgerechte Actionbound-Geschichte, in der sie als UmweltdetektivInnen an verschiedenen Stellen Wasserproben nehmen, um die Qualität des Wassers zu untersuchen. Es gibt Hinweise darauf, dass ein Umweltverschmutzer illegal Müll in den See entsorgt hat. Wir haben versucht, die Erstellung dieser Beispiele schrittweise darzustellen, damit Sie sie leicht nachvollziehen können. Schauen Sie sich die Worked Examples genauer an und nutzen Sie sie als Inspiration für Ihre eigenen Projekte. Und denken Sie daran, das Forum zu nutzen, um Fragen zu stellen oder Ideen zu teilen.